Hallo zusammen, mein Name ist hier mit dem Spielen Rope and Fly 4 und wir gehen direkt auf Play. Springfield Reach Goal 258 Meter Best Null. Okay, wir gucken mal. Aua! Neuer Rekord, 6 Meter. Ganz gemacht. Ich hab doch... Oh, mein Kopf, Mann. Achso, ich muss das Gebäude anklicken. Ah, jetzt versteh ich's. Hä? Hui. Ah, oh ja. Hui. Was ist die Spitze? Boah, die war mal mega nice. Und? Ich glaube, da muss ich aber auf mein Tablet gucken. Wenn ich auf den Monitor gucke, dann check ich das nicht. Weil ich da nicht weiß, wo mein Finger ist, Mann. Jetzt, guck mal. Ballon. Gibt bestimmt voll was Geiles. Egal, ich bin durch, oder? Bin ich durch? Warum? Ich war doch fertig. Aua. Da muss ich da lebend durch. Warum kann das sein? Aber das stand da nicht. Warum ist denn mein Seil so lang? Hui. Ja, zu hui. Ja. Aber ich bin ja richtig schnell unterwegs, hier mehr ich gerade. Warte, komm. Der war mal nice. Und? Jawohl. Achso, hab ich das jetzt geschafft? Kann ich jetzt den nächsten Level machen? Ja, kann nicht. Vancouver. Oh. Falsche Richtung. Also, als ich in... Aua. Als ich in Vancouver war, saß ein bisschen anders dort aus. Hab mich schon mal da fest. Kann nur gut werden. Boah, wenn man da Flute erwischt hätte, ne? Da wäre der Hammer gewesen. Warte. Perfekt. Luftschiff nur benutzt. Ja. Little Rock. Oh, da war mein Seil zu spät. Mein Seil muss früher kommen. Okay. How are you? Alter, das geht aber mal ab hier. Verdammt. Retried. 384 Meter brauchen wir. Okay, kriegen wir hin. Ah, ich seh schon, man darf... Also, wie gesagt, das Seil darf nicht zu lang sein. Und man muss natürlich gut im Schwung sein. Warum sind hier so viele Ballons? Little Rock und noch keinen Berg gesehen. Das war dumm. Sehr nice. Und weiter geht's. Flieger. Was ist das denn für ein Schiff? Okay, die explodieren. Warum explodieren die denn? Jawoll. Das war nix. Aua. Seil zu lang, Seil zu lang. Aua. Und hier so einmal rum. Oh, warte mal. Nicht zu lange. Ja, ausgezeichnet. Gute Idee. Und jetzt kann es explodieren. Jawoll. Nein. Meine Arme. Oh, random easy. Komm so weit, wie du kannst. Das war random easy. Mit 78 Metern. Neuer Rekord. Hui. Hier ist kein Haus mehr. Aua. Die Häuser sind hier sehr niedrig. Verdammt, Mann. Komm, jetzt aber. Dick Schwung und... Eins, zwei, drei. Okay, drei Sekunden. Falsche Richtung, Mann. Och ey, ich war so gut. Aber stimmt, der Ballon war jetzt gar nicht da. Warum das denn? Und Schulbus. Was war das denn? Sein Seil nicht ausgefahren. Oh mein Gott, San Francisco. 866 Meter? Wie soll das hingehen? Oh nein, der Ballon geht nach unten. Das ist ja gemein. Oh, da ist Aufwind dran. Da nicht. Krass, habe ich das noch geschafft? Heftig. Ich dachte, ich bin schon platt, Alter. Warte, das kriege ich noch. Jawohl. Eins, zwei, drei. Diesmal nicht. Wow. Was ist das denn? Wow, was für eine Brücke, Alter. Retry. Okay, einmal versuchen wir noch. Wir versuchen jetzt zu der Brücke zu kommen. Das ist voll der krasse Level hier. Ohne weh. San Francisco. San Francisco, nochmal gesehen. Was mache ich denn hier? Da ist das Flugzeug. Eins, zwei, drei. Immer schön zählen. Nicht vergessen. Oh, das könnte jetzt ganz schön knapp werden. Hä? Ich war jetzt an der Brücke fest und bin von unten gegen die Map geschlagen. Kann man ja mal machen. Aber gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Guckt mal in der Videobeschreibung. Dort ist auch eine Playlist vorliegt. Da sind ganz, ganz viele solcher Spiele drin. Von 2012 bis heute, glaube ich. Und ansonsten bis zum nächsten Video von In dem anderen Game. Haut rein. Tschüss.